Zwei mal in diesem 3-Ziffern, Nick Schroeder und Daniel Gattmeierer. Wir haben heute ja 1.0 und 2.0, 6.0. In der 1.0 hat es nur wieder gewonnen, in der 2.0 hat Gattmeierer gewonnen. Und 2.0 hat es nur wieder gewonnen, in der 2.0 hat es nur wieder gewonnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017